Ihr habt recht, ich glaube, dass Kugelbuch ein großes Schachtalent ist und dass da unglaublich viel Potenzial schlummert. Ich habe vielleicht auf meine teilweise etwas rüte Art gehofft, ihn auf den Weg der Verbesserung, des etwas solideren Spiels, des Besinnens auf langfristige Werte im Schach zu bringen. Sollte ich mich da missverständlich ausgedrückt haben und impliziert haben, dass Kugelbuch kein fantastischer Spieler ist, dann tut mir das leid und ich möchte an dieser Stelle richtigstellen, dass das weder meinen Gedanken noch meiner Erziehung noch den Werten, die ich von meinen Eltern und von meinem Umfeld mitgegeben habe, entspricht.